Das ist für Österreicher Alter, ich hab grad ne Ding gefunden, ist klar Ich hab 5 Gegner mich herum Ja, ich hab jetzt ein Mikro Ich move mal zu dir Könnt ihr auch mitkommen? Ja, ich komm mit Bei ihnen geht's schon los Fuck Leute Sind so gut wie da Er hat schon alle gekillt, nicht? Mein Gott, Alter, musst du dich alles alleine machen Ich komm halt zum Looten Bin instant los, als du gesagt hast Viele Leute sind bei dir, aber ich war voll weit weg Du bist voll weit weg 30 Schuss, das will ich mit dem Ihr hättet den Nio nimmer mehr erreicht, Alter Nicht mal ich hab den erreicht Ja, ich hab genau da wo die weiße Zone ist Bin ich losgelaufen Hauptsache ich schau unten aufs Video und denk mir so Alter, jetzt wird das sicher gleich genockt Ich auch, ja Er hat einen genockt Dann denk ich mir so Okay, das war für den Bei mir sind noch welche Ja, zwei Teams sind runtergekommen Direkt vor mir Ich komm zu dir, ich komm zu dir Wie bist du? Ich hab einen SR, Charlie Löwen Jo, die laufen hier rum bei mir Juli, chill, Alter Ich bin RIP Ich sag doch noch chill Nein Juli Ja, er ist bei mir vorbeigelaufen Kann ich nichts machen, wenn die zu dritt an mir vorbeilaufen Das ist irgendwo nur ein dritter, Max Wie viele sind da jetzt circa Wie viele sind da jetzt circa Drei, hab ich safe gesehen Einen hab ich Alle gelbe Klamotten Wir sitzen da am Baum Max, das kann sich ungefähr meine Leiche orientieren Die liegt außerhalb der Mauer Und direkt in der Nähe ist ein Baum Da sind mehrere Da ist ja schon einer Ich dachte grad das wäre er, weil der Name direkt Derbe Klamotten Max, rechts ist noch einer neben der Mauer drin Ja, da ist auch noch einer drin Ich glaub das da einer drin ist, ja Ich glaub das ich da was gesehen hab Aber der war ja auch nur genockt Einen genockten kam vor mir Ja vorne, Max hat zwei Also einen zweiten Und ich hab hier drei gesehen Oder er trinkte heimlich ein bisschen Maka Moni natürlich nicht Habe ich überhaupt einen von uns gekillt, ich glaub ich Ja doch, einen hab ich gekillt Ja doch, kein Ebenufogel Jaja, aber ich hab gedacht, dass er den bekommen hat Jaja, aber ich hab gedacht, dass er den bekommen hat Hat der Ebenor Scope Ich nehm die M16 M416 Oh, hat der Medi M4 vor der Nase weg Rechts Schüsse Ich kann irgendwer die Kamera nach rechts drehen Dann kann ich wieder weiter looten Ich kann schauen dabei Ich seh ihn da laufen, ja Max vor dir Jaja, ich seh Da sind zwei, oder? Max hat einen genockt Der war direkt tot Der war sicher der letzte von denen Okay Und der hat einen Schally, Max? Das geht's nicht Ach maaaann Ich hab auch schon einen Schally erst, oder? Ne, der hat nicht mal einen Schally Ich hab den Schally Doch der hat doch mit dem Schally geschossen, oder? Der Papa hat Der hat damit geschossen Ich dachte, dass er geschossen hat Das bleibt doch für euch Leute So, M416 beansprucht Ja, kannst du haben Ich hab schon eine Ich hab schon eine Ich hab schon eine Hab ich ja gesagt Kann er haben Ich hab schon eine Ich hab schon mal Ja, es sind zwei Teams Jaaa Mann das ist jetzt die zwei Teams Hier ist eine AK mit Munition Ich glaub die Munition wurde gerade übersprucht Ich glaube die Munition wurde gerade überanspricht Darum nehme ich die einfach für die Person mit Ich schwarz aber nicht mehr zu, ich bin ja bei einem Discord unterwegs du bist ein teammate ja 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 ansporn hier ist noch eine scar mike habe ich schon aber muni nehme ich selber auch so muss ich mein game immer jede runde neu starten potato game rechner wir verstehen uns schon ich habe das problem dass ich auf dem live server meine fps nicht gelockt habe und deswegen habe ich zu frame drops bei max hat geholfen ist gespräch letztens seitdem ich seit 24 gelockt habe ist alles fit wenigstens ein von uns beiden geholfen ja noch mehr muni ich habe sieben nades ich bin bereit noch mehr muni einzige was er braucht um zu überleben sind granaten habe ich überhaupt schon eine weste weil ich habe noch nicht meine fucking schutz ist pfeil und bogen mit einem ump mache ich jetzt scheiß auf ump ok 8 ronades wenn jemand für euch eine esser hat oder findet die nicht will ich will sie nehmen ich hätte nämlich auch noch ein schalier ist ja und zu einer kabel dich niemals nein so also ich habe 400 schuss 556 miteinander bock hat ja bitte ich auch brauchst du nicht mehr nein ich habe keinen platz mehr hast du keine 556 waffe doch aber ich habe keinen platz mehr was hast du als sekundär ak mini willst du den schalldämpfer ist ja klar nimm mal ich habe keinen platz mehr aber brauchst du noch eine 762 braucht keiner von euch lege ich auf alle fälle hier übertrieben ja wie sie da sagen hier sind die 1 weste auf gelb äh blau ja vier versuche neid wo man jetzt genau auf dem zaun gelandet werde ich eventuell ohne schaden überlebt kein platz das nenne ich mal gay ach so max es gibt jetzt so ein online formular für islands of nine wo du dich eintragen kannst und dann kannst du sagen so jo du willst 1 bis 100 keys haben für den und den zweck die haben anscheinend alle keinen bock mehr auf so ne scheiße wer wundert sich die sind halt selber dumm alter die hätten einfach von anfang an vielleicht einfach so ein server limit machen können und jeder typ hat wenn duo oder squad anfängt immer einen weit frei weißt du wie ich mein wer hat viel klüger so also auf 500 leute beschränken oder so und dann jeder wenn sobald ein partner findet kommt halt auch rein bei mir wär der mini falls jemand will also so ist halt alles ihr kommt also alle aus österreich oder wie war das ich bin aus bayern hört man vielleicht nicht ne das eher weniger es geht mehr so ins hannover schluss und so hochdeutsch ja da kommt meine mom auch her mein dad auch den vater what the fuck mach ich tot oder wie aber hauptsache es liegen ihr fucking kopf auf einem scheiß drecks dach nein jetzt komm ich nicht mehr ins polizeirevier da da ist Zone aber Zone halt kaum zu schauen ich war da vorhin schon drin zwei stockwerke oder so hab ich übersprungen ich scheiße jetzt einfach auf die stockwerke oh ne weiteres schnellwechsel ein falsch richtig ähm so das hau ich jetzt raus das kann ich jetzt hier rausschmeißen haben wir ein paar verbände raus nur ein stück reicht das schon ja Mike äh brauchst du einen Muni ja wo bist du sehr viel da bewegt er hat einen Arsch hier rüber ja ich mach das auch noch hier hin hu jetzt hätte ich hier doch wieder ne UMP heißt er deswegen Big Mike was weil ich fett bin ja oh keine Ahnung kann sein ich hab mir da eigentlich noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht seitdem ich ihn kenne hat er den Schütznamen eigentlich oder eigentlich hat er ihn sich selber gegeben das sag ich doch weil ich fett bin ja man kann als doppelkind schon raushören so ein bisschen ja aber jetzt hat er ein neues Mikrofon eigentlich hat man es jetzt weniger raus was schlechter ist wie das vorige und Mike wie lange musst du noch im Büro arbeiten zwei Wochen noch und fuckt sich schon ab alter hier liegt so viel Munizio ja ist grad schön eigentlich auch blau im dritten Stock blau drunter Stock Schalldämpfer okay und wo ist Muni? bei mir ich bin tragende Muni und bei dem Haus da drüben irgendwie aber ich glaub da hab ich jetzt das meiste mitgenommen ja komm einfach zu mir du kriegst von mir 140 Schuss muss reichen okay braucht jemand ein taktisches Lager? na hab ich schon danke passt schon eins Mündungsfeuer, Dämpfer, Eier dritter Stock ja also auf dem Dach na ein tiefer ist für dich das Erdgeschoss erster Stock na ich bin nicht behindert hä? was? ein tiefer hab ich mich vermessen ich hab ihn ich hab ihn wenn du raum weiter hinten ist nochmal 40 Schuss, 556 und du Muni bist SKS liegt da auch noch oben braucht jemand zweifach? hier vierfach oh weh, Zone kommt gleich alter braucht jemand Red Dot? na oh hier ist nur zwei weißt du Mündungsfeuer, Dämpfer auch noch, gell? ok also Richtung 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 Wäsche Hü-erl Hüße Hüße achso, die sind eh nicht weit weg von der Zone das ist eh nicht so schlecht ich bin ja das ist das ist du 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 w w du w w vor uns ist ein urz bei den gelben häusern ja da kommt gerade, da sind vier leute alter da ist doch noch ein motorrad, alter was ist denn da los man, gangbang oh ja, baby boah, alter wo schießt denn der, boah, alter, mein helm war direkt weg seid nicht in der zone seid doch open field doof ja, das ist kein richtiges scope bestätigte fahrzeuge in garage die sind gerade richtung, äh, turm gegangen, richtung den turm hier, zwei stück da muss auch wohl irgendwo ein vierfach liegen ich glaub der hat nen welcher ich hab zwei stück sag der jetzt ha, digger, marx, what the fuck ich mach hier red dot, super aim marx, was brauchst du noch, was sollen wir denn mitnehmen nur vierfach der typ hat nen red dot, schnell wechsel SR, schnell wechsel erweitert SR ja ah, der hat einen, äh, Helmut oh, der hat nen Mini scheiß drauf, die Mini aber Marco hat doch nochmal eingefickt, oder? ich hab einen, äh, gefinished, ja wo ein, waren's ne zwei? ich hab auch einen, also ich hab einen getötet sagen wir's so wo war der? ich hab den Endkill gemacht ach so, ja, das war der von Marco glaub ja Marco hast du das Auto mitgenommen? ja ah stoppballot ja, jetzt müssen wir relativ weit vorne wird geschossen bei der Brücke ja, bei der Brücke ich glaub ich hab Steps bei mir, bin mir aber nicht sicher ich bin schon wieder betrunken passiert kommt vor gehört sich so an der Brücke sagst du? mhm ja, Steps, äh, Steps, tschüssse aber die sind weiter hinten glaub ich ne ich hab schon Sichtkontakt ich hab schon gesagt ah ja da wo? da war grad einer bei dem Stein ah, da unten ist auch nochmal einer aber ein genau ah, ich mach, weißt du? wow, 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 da vorne direkt neben der Brücke ab, instant down 4-5 4-5 äh, war der André? ich hab nur eins, sorry oh, yeah oh, yeah oh, yeah das ist genau das, was der Papa braucht wollen wir den noch looten oder nicht? ich bin auf dem Weg, ne? aber die Zeit tickt hier könnt ihr den unten rechts boah, Alter, schießt nochmal jemand was? halten wir an ah, der ist ja auch noch auf der anderen Seite ach, ja boah, Alter, der hat mich genockt ich glaub der eine ist bei diesem Tower der eine steht beim Tower oben auf der Stiege beim Tower ja leider an den Stein leider an den Stein Mike wiederbeleben die Zone kommt reiß auf die Zone einer ist beim Fenster im Tower bestätige, einer ist an der Brücke vorne ich hasse die Mini, Alter was, du sagst, dass noch einer ist beim Tower ja ich glaub Tower habe ich an der Brücke fehlt hier vorne noch der muss noch an den Stein sein ist grad richtig zurückgemucht eigentlich wo ist denn der jetzt? ach, da hinten läuft er in den Häusern? ja, ja, ich hab ihn auch da hinten in den Häusern nein, einer fehlt noch einer fehlt noch einer fehlt noch der ist hier vorne an der Brücke an den Stein da wo die Schüsse sind da war er da wo die Schüsse sind gleich hier vorne gleich hier vorne dort dort das war der Squad wo ist das Auto? habt ihr versenkt? alter nee steht hinten? nee, da steht's gut oh, die dort ist aber schon ein bisschen dicker äh, ja ja, das kann man so sagen halt euch hoch, ich mach dasselbe ich werde jetzt nicht mit neun Kills aufm Tacho draufgehen so, macht euch abholbereit ich hab schon irgendjemand von dem hat doch den Scope gehabt dann ja, scheiß auf Scope wir gehen hier gleich drauf ja oooooh oh Gott, Alter ich glaub ich werde das nicht überleben wenn ihr... na? im Glück bin ich voll gepusht man, ich sicker die AUG in Action in dem Stream ich sick kreise AirDrop, Alter warte, 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 warte nicht aussteigen, nicht aussteigen nicht aussteigen Kontakt vor uns ja so, elternhaften für die Kinder alter, wie viele Hits kassiert der denn? wer klaut mir die Kills? hat der ne Sniper an der Decke ist der direkt gestorben? an den Häusern, an den Häusern hast du nur genockt ja, da, ich seh'n ja, da, ich seh'n zwei er holt dein Mate wieder wir müssen move'n, wir müssen move'n auf ins Auto ins Auto, ins Auto, ins Auto, ins Auto ja fuck bleib hinterm Felsen steig ein, steig ein, steig ein ne oh, er ist auch voll an denen vorbei, ey nicht laufen, breit im Auto, breit im Auto, breit im Auto alter alter wechseln So, wir fahren ins Häuschen und dann schildern wir es mal ganz kurz Da oben einer? Kontakt, vor uns oben auf dem Berg Ja, ja, ja Das ist ein Moped, was da liegt Ja, lass mich kurz steigen, ich muss kurz heilen Da musst du nicht gesehen Mach mal die Tür frei Du würdest ja theoretisch gesehen noch irgendjemand von hinten kommen Deiner läuft weiter Richtung Sylvester Der ist tot, oder? Der wurde runter Nein, 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 der lebt, der lebt noch Der links läuft er noch rum Er will ihn drop, er will ihn drop Obacht Obacht Nein, Alter, ich bin doch direkt gekommen, direkt vor ihm auf Hab ihn Schön Mann, Hauptsache ich Er schießt auf Mike und ich renne ihm direkt in die Schüsse rein Meine Güte, die Runde habe ich tot Alter, ich habe keinen Koffer mehr, fuck Ich habe noch, warte, ich loote ihn Loote den Macker, loote den Macker Ah, ja, okay Ja, Max, Max Warte, ich loote den Typen hier Den Koffer Ja, dann kriegst du wieder mit Bisse gab es aus Nordwest Oh, wenigstens hat der Typen einen Helm Kontakt vor uns, Südwest Ja, Richtung Südwest Ah Ich hasse die Mini so sehr Er hat er in das Haus rein Nice, Alter Wer klaut mir die ganzen Kills? Sorry Ich nicht, aber Mike Ah, wer schiebt denn hier? Was schieb ich denn du, Max? Der Typen Der ist doch schon tot, Alter Ich bin aber instant tot Ich habe gedacht, ich könnte ihn durch die Wand noch holen Der war doch schon tot Motivation ist da Das ist nicht zu reden Contact, 160 Was war es? 160 160 sind Leute Seht ihr nicht? Ja, einer ist am Baum, einer oben fehlt dahinter Läuft jetzt Ja Ich halle den Mini Ist der auf mich? Lass uns in der Mont in Deckung gehen hier Richtung Dings Achtfach, vierfach drin Im M24 Achtfach, Baby Sind die eigentlich jetzt noch im Leben? Die, wo 160 waren? Ja Habt ihr AK, Muni? Äh, ne Ne Okay Passt Hier im Boot ist vielleicht noch drin Na, passt schon, passt schon Ja, nicht im Norden, okay Rot Nichts 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 Der ist tot da hinten Na kurz gucken, vielleicht hat der einen Schalli für mich Ah ja, danke Hat er die AK, Muni? Au Ähm Ja 80 Nehmen sie mal mit Akko, willst du die? Ein bisschen, ja Nur ein bisschen Reicht, reicht Ich brauche keine Kontakt vor uns am Baum, weit weg Nichts Ähm Passt auch hinter uns auf, ne? Da war ja noch ein Squad Ja Oh ja, die sind direkt hinter uns Nein, alter K, Headshot Willst du mich verarschen, alter Jo, Leute, ich werde euch verlassen Oh Ich werde euch verlassen Ah Der war gerade hinterm Zaun, Mike Ich hab den einen Typen zwei Schüsse gedrückt Aber da müssen, glaub ich Da sind glaub ich zwei Die müssen auf jeden Fall zu uns in die Zone laufen Die laufen uns in die Arme Äh, links neben dir Links neben dir Ja Sind die aus dem Bunker rausgekommen Ja, die Zwei Hurenzöne waren Fünfzehn Kills, alter Lauf 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 in die Zone Nein Nein Das war der Letzte Fünfzehn Kills Scheiße 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 Fakala Was der eine wieder geschluckt hat, Mann Dein Hurenzöne Das war Das war Jo, zockt jetzt noch eins Ja, sicher Ich 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 Ich